Hallo ihr Lieben, ich habe eine freudige Nachricht. Heute im Laufe des Abends habe ich meine ersten 100 Abos erreicht. Das freut mich natürlich riesig. Habe ich mir im Vorhinein aber schon überlegt, was mache ich, wenn es passiert. Ich hatte ja bei Facebook schon geschrieben, dass ich einen Messerbausatz als Giveaway zur Verfügung stelle. Hier seht ihr die Sachen liegen. Es ist natürlich schon relativ dunkel, die Qualität von dem Video hier ist nicht berauschend, aber da steuert vielleicht etwas die Vorfreude, weil man nicht genau weiß und sieht, was man kriegt. Das Messer ist aus einer Pfeile geschliffen, mache ich ja ganz gerne, Löcher sind drin, ich gehe sie nachher noch härten, weil noch ist sie weich. Ein paar Pins gebe ich dazu und das Holz ist kütte. Was Einheimisches, finde ich ganz spannend für solche Sachen eigentlich. Carbonstahl und einheimische Hölzer finde ich eine super Kombination. Ja, wie kriegt man das Ding? Ich habe mir folgendes überlegt. Es wäre ja ganz schön, wenn man mal einem anderen eine Freude machen kann. Und zwar hätte ich gerne von euch, dass ihr mir erzählt, wer in eurer Ansicht nach diesen Bausatz bekommen soll. Man kann dafür schwitzen über sich selbst, aber jemand anderes mal einen Vordergrund stellen, finde ich ganz spannend. Nur wisst ihr natürlich nicht genau, wer bei mir alles ein Abo hat und wer nicht. Das müsst euch einfach was einfallen lassen, wie ihr das geregelt kriegt. Ich meine, es ist ja relativ einfach, denjenigen, den man vielleicht bedenkt, mit dieser Sache hier mal zu fragen. Kann man ja durch die Hintertür machen. Gut, also wie gesagt, schildert mir kurz, wem ihr das Ding hier zukommen lassen wollt, warum, was mir am besten gefällt. Suche ich dann aus und derjenige bekommt das dann. Wir schreiben heute den 22. August. Ich gebe euch mal zwei Wochen Zeit. Und dann sehen wir mal, was passiert. Okay, dann bin ich raus. Kurz euch nochmal an. Irgendeinem gehört es bald. Dann sehen wir uns irgendwann wieder. Ich bin raus. Ciao.